Machen wir das doch, machen wir den neuen Lösungsansatz, machen wir einfach, akzeptieren wir wie es ist und... Ich höre über diese Blaze-Dinger rumstöhnen... Das ist das schon eins... Mal abschlachten... Und wie power ich den einfach einfach? Muss ich dann nicht einfach nur ne... Ähm... Redstone-Dingens umzubauen? Also... Hintenrum, quasi... Wieso setzt du dich auf Kreativ-Modus? Weil du im Spectator-Modus eigentlich... Ja, und warum tust du das? Weil ich mir angucke, wie groß diese scheiß Burg ist, weil ich hier seit 3 Stunden durchrenne... Warte... Was ist denn da? Quatsch... Immer in die Wand... Ja, genau! Hinten auch noch überall weiter, bestimmt... Bestimmt... Hier... Naja... So... So... Heißt, wenn ich jetzt hier was rein tu... Müsste eigentlich immer... Ja, okay... Oh-oh... Moment mal... Ein paar gepowerter Dings lässt also nichts durch, ja? Ah! Nein... Müsste nicht... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt die Theorie nicht so ganz hin... Sicher allerdings auch nicht... Ja... Fliegt doch nicht weg, die Scheiße! Ah, okay... Jetzt ist er dauerhaft gepowert... Wenn er dauerhaft gepowert... Aber... Aber... Die Power 1 geht nicht... Ne... Oh-oh... Ganz un... Alter, ja... Machen wir nächstes Mal weiter, du... Ähm... Nein, ähm... Doch, wir machen jetzt Pause, echt... Ich... Komm' nicht mehr klar... Ernst... Im Hintergrund, aber ist mir auch egal... Ja, ist so... Interessiert mich das jetzt... Da... Also... Wir versuchen mal was... Und zwar indem wir diesen... Trichter hier kurz schließen... Beziehungsweise... Ach komm, ey... Das ist nicht richtig jetzt gerade... Nein, das macht auch keinen Sinn... Nein, Teil des Heils wird auch sehr... Gamer geschätzt sein... Einen Trichter kurz schließen... Wie wär's denn hiermit... So... Ja... Dass der halt einfach gepowert ist... Oh Gott... Dann erst mal Lava... Ah, okay... Kann ein... Ähm... Repeater eigentlich auch gepowert werden... Wenn der von unten kommt... Das willst du ein Signal? Ja, natürlich... Echt? Okay... Ja... Aber wenn ich da jetzt von unten... Kannst du drunter eine Fackel stellen... Dann... Wird der gepowert... Also auch über diesen Fackelturm... Dürfte der dann gepowert werden, ja? Ja... Okay... Aber der muss halt auf dem Block stehen... Du kannst ja nicht... Ne, ne... Unter einen Repeater... Der Repeater kann ja nicht in der Luft schweben... Ne, deswegen... Das ist ja nur eine Frage... So... Aber... Alter... War das laut... Die Westen Torch muss aber an sein... Ne... Nicht, dass du einen gerade oben hast... Die aus ist... Ja, wieso nicht... Ja... Aber wenn da jetzt Items reinkommen und... Ja, dann... Ja, dann geht's... Wenn das halt immer so... Der wird halt nur gepowert, wenn ihr an ist... Ja, logisch... So, erstmal so... Wir sind jetzt... Wow, jetzt weiß ich aber nicht... So, wir haben eine Netafestung... Hä? What the fuck? Jetzt hab ich... Hä? Irgendwas ist hier jetzt verlustig gegangen... Verlustig gegangen? Okay... Im Spender ist noch Diorit... Hä? Achso... Äh, lol... Der, der, der... Spender funktioniert nicht vernünftig... Das heißt... Ja, uncool... Ja, das heißt also, dass der Repeater da nicht drauf geht... Warte, ich probier das gleich mal aus... Eines soll das gehen... Ne, ne, ich... Ich kann's ja auch... Muss ich nur... Ah, ich hab schon... Ja, genau... So... Relativ nahe, in der Nähe von unserem Portal... Das klingt total sinnlos... Äh... Ist ein Netafestung... Ding... Ja, okay... Und ich hab so komische Sachen geholt... Hier, wie heißen die... Das mit dem... Mit dem Trichter aufhalten... Per Redstone... Das funktioniert nicht... Vernünftig... Also nicht so, wie ich mir das vorstelle... Äh... Find ich so cool... Das... Hast du gut erkannt... Total war doch irgendwo hier, ne? Keine Ahnung... Weiß ich doch... War das da? Oh, hier... Doch, hier oben... So, hier sind jetzt hier Holzdinger drin... Und hier fühlt sich gar nichts ne... Dann war's da... Oh, Gott... Hm... Ich bin echt hart im Überlegen gerade... Ich bin echt hart im Überlegen gerade... Merkt man aber wahrscheinlich gar nicht... Äh, Quatsch... Ich bin hart am Suchen, wo das scheiß Portal ist... Boah... Ich hab ein Screenshot gemacht von den Koordinaten... Aber ich hab jetzt keinen Bock gleich ein Screenshot aufzumachen... Ja, stimmt... Ist total aufwendig... Oh, Screenshots aufmachen geht gar nicht... Ja, dann muss ich... Aus dem Großbild raus... Und... Das ist... Warum hast du da irgendein Großbild? Warum nicht? Das war irgendwo hier, das weiß ich... Weil ich bin nicht weit gelaufen... Oh... Ah, ich guck jetzt mal den Screenshot an... So, wir müssen uns den auf... Krass... Übertreib ja nicht direkt deine Lage, Alter... Screenshots, hier... Da... Da haben wir es doch schon... Dabei... Ich packe jetzt einfach so hoch wie es geht... Minus 46... Wow... Minus 46... Alter, schrei nicht so, Junge... Du übersteuerst richtig hart... Echt? So? Ja... Ist okay jetzt... Ja, ich bin... Komplett richtig hier... Portal ist bei minus 50... Und ich bin bei 200... Achso, okay, so... Ah, da hinten, ich seh's... Aber hier gar nicht so falsch... Okay, so... Was? Hm? Ach, lol... Nee, nix... So, ich probier das jetzt einfach mal aus hier... Was kann groß schief gehen... So... Oh, Alter... So... Die Eisen von mir gegeiert, oder was? Nö... Ich hab bloß mit Leule so viele gemacht... Also letztes Mal halt auch schon... Hä? Irgendwie bleibt hier auch irgendwo was stecken, oder so? Hä? Äh... Ich hab doch nicht... What the fuck? Ach, gefunden! Cool! Was wär denn eigentlich, wenn ich sagen würde... Was wär denn eigentlich, wenn ich sagen würde... Was? So... An sich ist der... ...der Transport doch nur... ...von der Menge... ...von benutztem... ...Trichtern beschränkt, oder? Ja, bei mir lädt es gerade hart, weil ich wieder zurückgekommen bin. Okay. Ja gut, dafür kann ich nichts. Ganz natürlich ans Portal gibt es auch. Ja, so. Dann können wir erstmal hier mal innerhalb von meiner Insel arbeiten. Dann kann ich das da gleich mal alles abreißen. Dass das nicht die ganze Zeit nach außen geht hier. Das ist ja richtig hässlich. Ja, das habe ich auch. Die Konstruktion außen zu. Alter, ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Das wird zu legen, ey. Das wird gleich trotzdem noch legen. Auch wenn du wiederkommst. So, die Anschlüsse können ja bestehen bleiben. Der hier kann auch noch weg. Das hier kann auch noch weg. Dann bauen wir mal alles ab, wa? Wow. Alter, du bist voll laut. Yo, hast du dich für irgendjemanden lauter gestellt oder so? Nö. Weil du hast so ein... Wow! Und dann streichst du da erstmal voll rein. So? Ja, keine Ahnung. Da. Wow. Hm? Ne, ich bin hier... Na gut. Oh Gott. Ich falle die ganze Zeit runter. Ah, es ja nervt diese Musik. So. Boah, ich habe mich da in Gamebot 3 gesetzt und es passiert nichts. Ja, ich sehe das wohl. Geht aber nichts. Ja, keine Ahnung. Ich bin kein Zauberer. Okay. Jawohl. Was ist denn los? Das ist dann auch zu lenken. Achso. So. Oh mein Gott, habe ich Angst. Oh Gott. Keine Ahnung. Sogar Meite guckt meine Videos, ne? Hm? Meite, ja. Ja, wenn mir ab und zu mal langweilig ist. Ja, wieso? Ich habe da nichts gegen. So. Kann ich den Müll hier komplett abbauen? Hi. Oh, jetzt lächst es wieder. Wieso? Muss nicht mehr. Ja, die Kisten lenken immer rum. Achso, ja, zu Anfang kann das gut sein. Ja, danke. So, hier, ich habe jetzt Netherwarks. Die plante ich jetzt erstmal irgendwo hin. Mal ranpflanzen. So. Dann können wir das hier erstmal wieder zurückpacken, die ganzen Sachen. Die Diamanten sollte ich vielleicht auch mal wegpacken. Ja, wäre vielleicht mal schlau. Das ist ein Anfang, wa? Ja. So, Spender ist ja wohl... ... ...